RANBOW SIX RANBOW SIX RANBOW SIX RANBOW SIX RANBOW SIX F*** RANBOW SIX Was RANBOW SIX Was ist RANBOW SIX Ich glaub wir spielen RANBOW SIX Da kommt einer von der Seite Ja du spielst du RANBOW SIX Er spielt den Scheiß dann auch Schnauze dahinten. Wir hören dich immer noch! Ich hab meine Hand umgehalten. Aber gut, okay. Alles klar. Ich nehm gerne den Schnauze aus dem Mund. Das war aber Spray. Also das fand ich jetzt echt nicht geil. Voll gut, wenn zwei Leute links gucken und keine rechts. Das ist voll produktiv. Ich bin nicht. Es ist umkämpft, okay. Durch die Wand. Jetzt ist es nicht mehr umkämpft. Wir haben da ein Problem. Treppe war vorher noch Frost. Ist hin nicht mehr. Okay, Weinkeller ist jetzt einer auf jeden Fall. Leider kein Rauch mehr. Guck, äh. Schönen Chris. Wir beide haben es gerissen. Da ist ein Mira Fenster. Aufpassen wir mal direkt. Da ist ein Mira Fenster. Das ist ein Mira Fenster. Zeig mir mal, ob was in der Garage ist. Geklemmer ist. Wissen nicht. Ne, kannst durch. Sicher? Ja, safe. Irgendwo bei mir hier. Da, da geht auf. Sniper. Sniper ist down. Schildträger. Ausrichtung Westen. Pass auf die Fenster auf, Leute. Ne, das Sniper ist down. Ja, das Fenster auf. Ja, ja, ja. Ich trage in den Sniper auf. Da ist aber noch irgendwas. Zweiter ist down. Weiß nicht, wer das war. Nein. Was zum Fick. Da ist... Geh weg, gehe weg, gehe weg. Große er kommen. Hilfe rechts. Große rechts. Wer ist da. Ist tot. Ab beide. Letzter ist am Fenster. Zweiter ist am Fenster. Ist drin? Ich stehe einfach rechts. Er ist nach vorne. Leute lag halt einfach vor mir, was ist das denn? Ace Michi, ne? Ja, Ace! Bingo! Ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Aua! Die Banner macht irgendwo auf. Habt hier gerade minimale Probleme. Ich bin leider mit runter gejumpt, wollte ich gar nicht. Scheiße, ich hab die Banner im Magen jetzt, oben auf dem Dach. Die ist ganz oben auf dem Dach. Oh, der ist auf dem. WTF? Weiß er noch nicht. Haha. If you remain in this zone, you will be detected by Hostiles. You will be spotted by Hostiles, fall back. Hallo Freunde. Hallo. Hallo Chris. Hallo. 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 Sniper draußen. Sniper und ist nicht AFK. Lass mich nicht verwundern. Du hast gerade am meisten Kills, aber... vielleicht ist ja so im real life nicht unbedingt der helfste das kann es nicht sein hast du das gesehen? nein ich habe nur das gehört was er gesagt hat das stimmt einfach hundertprozentig das kann es nicht sein weißt du du willst einfach die Cam los machen läuft einfach Capcan in dein Ding feiern ich habe dich bringt hier der letzte Schiss von niemand genau schön nutze Capcan ist da und der wollte mich schon wieder feiern da ist keiner ich komme ohne mein Team da ist niemand warte Capcan vor euch ist Cavera gerade durch ist Cavera ich wollte eigentlich stehen hier wusste ich gerade durch durch oder rechts? gerade durch rechts Cavera ist down du bitch du wolltest mich ficken ne? du wolltest mich ficken Capcan fallen bitte lol Capcan fallen ich kriege ihn ich markiere ich markiere ich markiere ja ja nice ähm also ich vermute mal dass er da nicht ist auf dem Container das lässt du so ne Mut machen rechts sein bohlo nein ja genau da durch oder auch nicht dann geh halt einfach weg hallo du musst die Treppe runter wo ist die Cavera wo ist die Cavera nein geradeaus rechts ja super gemacht Stefan auf jeden Fall aus dem Zaun getroffen da ist prinzipiell scheißen weil wenn ein Gegner ist und du dann chillt in die richtige Richtung raus ja ich weiß das ist doch so ein Lacker ne Blende Tim Blende rechts Blende was machst du ey was könnt ihr eigentlich schildern fuck schildern wie ich dann erst mal ein Schild wenn du fackst aber alter nachher Clemens 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 lass doch mal eben bitte riech mal Clemens nö sie haben wieder Schild Leute ich hörne mir nen Dropper unter da ist doch Hibada da ist einer oh bei mir bei mir verletzt komm zu mir die lebt aufm Schreibtisch verletzt ah ne hier ist noch einer hier ist noch einer die wiederbelebt die wiederbelebt die wiederbelebt die wiederbelebt die wiederbelebt oh ich dachte ich hatte grad ähm bisschen Clemens alle aufm Boden alle aufm Boden Clemens halt leg dich hin mach ich doch du Wichser boah Hauptschau du smokes die scheiß hier nochmal mein Fight mit Bandit ging einfach so ne halbe Minute wo wir uns dauernd live erschossen haben und dann habt euch beide einfach verletzt wirst du ein Ruhig mach mal da jemand kaputt ja gleich ist nicht genau das gleiche wie mit Cavera aber guck mal Clemens riecht mal Klemens du sollst mal riechen komm schon tu es du willst doch bitte was Mario geh bevor es zu spüren Clemens ignorier mich jetzt nicht Clemens Clemens du sollst riechen Clemens wie wie wollen wir beide rein da ist nur Rook drin längs im Raum ok ich geh mit der Claimers hier rein los Tim geh weiter wenn ich damit einen umbringe geh weiter geh weiter du guckst mich so an so ruhig zu erf Junge wollen wir auf 3 1 2 3 komm ok Alex öffnet es doch Alex öffnet es doch Alex öffnet es doch 2 3 warte man muss das vorbereiten das war hallo du hättest mitkommen müssen ich hab mich nicht getraut ich dachte kurz machst es nicht und dann hast es doch gemacht das hat mich so ne riskier ich mal lieber nix wow da sind 2 Leute drin 2 inside left side äh glass left side hallo ich mach runter auf ja au ich hab noch 7 AP mehr brauch ich nicht ne hallo rechts Tim alter du warst auf seinem Kopf drauf was bist du denn für einer ach den Stacheldraht kaputt da links in der Ecke wahrscheinlich ich hab dich angeschossen weil du mir den Schuss reingelaufen bist hab dich nicht von hinten getötet ich hab dich angeschossen weil du bist mir den Schuss reingelaufen ich war auf den Kopf von doch ich war grad auf dem Kopf von Doc sie hat halt einfach 3 Schlüsse von hinten abbekommen ich war grad auf dem Kopf von Doc und da kommst du mit deinem hässlichen Rücken ey bist du das ist so richtig so ein Krüppelrücken weißt du das sagen viele zu Tim Krüppelrücken das sagen viele zu Tim euer Spitzname das ist mein Spitzname Krüppelrücken hä Krüppelrücken hä Krüppelrücken oh god alter oh oh was haben die Granaten denn für ne Reichweite äh Kräma von links bei mir hier hier raus aus der Kärche hier bei mir hier von links hier bei mir hier von links hier ist was direkt bei mir okay also die Ash ist richtig notgeil grad ne Babe um dich kommen wir später ich bin hier mhm äh hier ist einer ich wohne entdeckt und tot die roben ja alle zumindest 3 ist Versammlung tot? nein negativ und sich einer um Versammlung kümmern den hab ich getötet den hab ich getötet in der Versammlungshalle ich zähl ja der lag auf dem Boden an der Treppe oben um die Ecke doch oben ist noch einer ja ja Hauptsache ich mach auch nur Assists grad immerhin 75 Kilo Assists ja ja das ist gut das ist sehr gut das war gerade noch so im letzten Moment gesehen ich bin nicht ganz traurig hey Kai das ist auch das zweitwichtigste Calls es geht um die Calls das war ein guter Call von dir Kai ja 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 Dämbäisch 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 ja